Jo, liebe Leute, was geht? Theo hier am Start und heute mal wieder mit meinem Hund und zwar will ich heute die größten Mario-Trash-Games zocken, die es gibt und zwar im Browser, Leute. Es gibt so viele Flash-Games, so viele Super Mario-Flash-Games, die ich einfach mal vorab, heute zu spielen, Leute. Ein paar, vielleicht drei, vier Stück, guck ich mal kurz rein. Und Leute, ich hab schon ein bisschen geguckt, es gibt so viel Blödsinn, so schlechte Spiele und genau die werden wir uns gleich angucken, Leute. Ich würd sagen, lass uns nicht lange labern, rein in die Games. Oh, ist das scheiße, das sieht so schlecht aus. Oh, so viel Sex. Okay, Up, Left, Right, Shift und Down. Okay, mehr brauchen wir nicht. Was? You can kill enemies by jumping. Oh, Leute, wer hättest du gedacht? Oh, ist das schlecht. LOL. Die Goombas, Leute, einfach Blut auf dem Boden. Oh, ist das schlecht. Oh, das ist so schlecht. Er hat sogar einen fucking Lebensbalken. Meine Güte, so, aber das wollen wir doch, das war's noch nicht, ich würd das auf jeden Fall nochmal machen. Blut. Da steht sogar Kills. Was? Was? Alter, ich komm nicht mal über die erste Schlucht, so schlecht bin ich, Leute. Ich werd euch die ganzen Spiele hier verlinken. Ihr könnt die alle kostenlos spielen im Browser. Ihr braucht nur ein PC oder ein Laptop oder ein Macbook oder irgendwas. Dann könnt ihr die Spiele auch umsonst spielen. Äh, ich werd sie euch verlinken. Aber ganz ehrlich, Leute, hinten sitzt Luigi mit seinem dicken Bauch. Voll letzte Konzentration, Leute. Oh Gott. Konzentration und easy cheesy. Ah, schön die Coins einsammeln hier. Was? Ist das jetzt ein Boss oder was? Ja, Pre-Boss-Kills. Oh, oh Gott. Easy. Coin-Rank-Bowser. Super-Mafia-Boss. Bros. Boss, was labber ich? Kann er schießen? So eine Waffe in der Hand. Leute, was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Blödsinn? Er hat einfach so ein Mafia-Kostüm an. Oh. Instant-Kill? Alter, Leute, da will ich noch ein bisschen weiterkommen als eben. Yo. Wie? So eine Höllen-Gumbas. Alter, Leute. Wie sollen wir diese scheiß Gumbas besiegen? Das ist ja unglaublich. Oh Gott. Wie? Leute, heute sind wirklich nur richtig, richtig, richtig schlechte Spiele dran. Und jetzt sind wir bei Super, äh, bei Mario Starcatcher 2. Und es sieht schon wieder ganz billig aus. Und es hört sich auch billig an. Okay. Ist das ein Maus-Spiel oder? Okay, auf Space springt man. Oh, ist das schlecht. Und diese Maus die ganze Zeit hier. Ach, die Engine ist so schlecht. Alter. Leute, das Sprungverhalten ist nicht so wie bei den anderen Marius. Man muss erst springen und dann, äh, muss man in der Luft sich bewegen. Man kann nicht laufen und springen. Ah. Wie? Game over? Alles von vorne, oder was? Alles von vorne, geil. Das macht Spaß. Das ist der Inbegriff für Spaß, Leute. Ein Game over screen, wo man alles von vorne machen muss. Oh, jetzt diesen Schalterkram wieder. Das ist so eine dumme Steuerung. Das ist das Problem. Und hier muss man warten. Leute, egal. Ich teste die ganzen Spiele für euch aus. Ja, okay. Was? Alter, man bewegt sich auf der Plattform nicht mit. Guckt euch das an. Man muss mitgehen. Wie bescheuert. Alter. Okay, was kommt jetzt hier? Gar nichts. Okay. Achso, die, oh Gott. Die Plattform bewegt sich. Oh, es ist ein so schlechtes Spiel. Habe ich selten gesehen. Oh Gott, nee. Scheiß drauf. Nächstes Spiel. Kein Bock mehr auf dieses. Classic Mario Bros. Das sieht so billig aus. Oh mein Gott. Leute, sah das wirklich so aus damals? Oh Gott, sieht das scheiße aus, ey. Das sind die zwei aus dem Film, oder nicht? Dann nehmen wir den aus dem Film, natürlich. Ah, okay. Oh, ich liebe das Mario Bros. Das alte. Aber nicht mit dieser scheiß Steuerung. Eigentlich ein geiles Spiel von damals. Also wirklich für die Zeit. Wow, Alter. Wer kommt da denn? Ein dicker. Dicker Stachy. Cleared. Ja, easy. Oh, Leute. Es ist so clunky und scheiße, die Steuerung. Oh, nächstes Spiel. Super Flash Mario Bros. So. Nintendo. Genau. Das ist von Nintendo, Leute. Oh Gott, so ein Blödsinn. Oh. Luigi natürlich. Ist viel cooler als Mario. So. Was? Man rutscht so nach. Ist das jetzt die allgemeine Engine, oder ist das nur von Luigi so? Oh, ist das schlecht, Leute. Ist das schlecht, ey. Es ist so schlecht, das tut schon weh. Also ohne Witz. Und falls ihr denkt, ich spiele schlecht, macht es einfach mal selber. Guck mal, er rutscht. Als wäre das Eis. Alter, Luigi. Nur weil die ein paar alte Sprites benutzt haben, ist es... Ja, komm. Bedeutet das nicht, dass es sich auch so anfühlt, Leute. Okay, der Pilz kommt nach links. Auch nicht schlecht. Immer wieder cool, wenn der Pilz die Richtung wechselt. Zack, zack. Guck euch das an. Was? Ist das für ein schlechtes Spiel? Nur weil die Musik und die, das so aussieht, Leute, fühlt es sich noch lange nicht so an. Das ist so schlecht. Oh. Ich war drauf und er rutscht runter. Leute, das ist so übel. Das waren die Mario Trash Games. Wirklich absoluter Blödsinn. Absolut schlechte Spiele. Ich habe sie euch alle verlinkt. Ihr könnt sie alle umsonst selber austesten und euch davon überzeugen, dass sie wirklich so schlecht sind. Ich bin damit auch raus, Leute. Wenn ihr noch weitere solche schlechten Spiele habt, verlinkt sie einfach im Video. Ich werde sie dann auf jeden Fall für euch testen in dem nächsten Part. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.